irgendwelche proben ansonsten klug hat plus 7 aus wirtschaft hauswirtschaft ist okay das geht immer aus wirtschaft geht immer dann wäre es die klugheit plus 7 bei mir dann die klug hat plus 7 ich würfel einmal für dich 8 klug hat plus 7 die von martha micho ist bei zehn geschafft trafik wenn sie graben können und direkt neben euch eine kapelle ist es kann sein dass in den stein tief gegraben worden ist und wenn die kuhle diese kapelle von unten erreichen und mag euch das ein bisschen zeit erkaufen mit den leichen aber sicher seid ihr nicht verdammt mir ist gerade eingefallen die können doch graben wir sind hier nicht für ewig in sicherheit wir müssen weiter könnten wir nur die andere seite erreichen ich denke auch die feste die ist auf stein gebaut da können sie wahrscheinlich nicht sich so rein graben zurückziehen wir uns ja wenn wir uns hierhin zurückziehen da auf die andere seite der brücke wie ich es am anfang gesagt hatte aber die brücke ist doch hochgezogen oder dann sollen sie sie wieder runter ziehen der kastellan ist doch bei uns also soll das das geringste problem sein herr kastellan habt ihr gehört wir müssen ins innere sie können sich hier hochgraben ich weiß nicht ich weiß es nicht das ist das das heiligtum von von herren von den burg grafen vielleicht hören sie auf vielleicht hören sie auf mich ich weiß es nicht versucht es wenn nicht werde ich es tun ich werde euch begleiten zu zweit haben wir denke ich genug autorität auf die brücke soll ich auch überzeugen nein haltet uns den rücken frei auf die brücke los leute noch ein stück weiter dann haben wir es geschafft wir sind gleich in sicherheit ja so könnt ihr auf die brücke treten und seht unter euch den stein ein kleines bächlein was dort wohl noch aus den aus den bergen und springt einige kleine pfützen gebildet hat und der boden ist zwar dunkel immer noch regnet es über euch die brücke selbst ist rutschig aber ihr könnt sehen wie sie dort krabbeln kratzen und kriechen und klettern auf der anderen seite der brücke ist die zu brücke aus holz hoch gemacht und ihr könnt einige waffentreuer kennen die euch furchtsam anstörungen der kasten antritt direkt nach vorne wir machen auch mal macht auf bei den göttern die schütteln den kopf das ist unser tod verzeiht castellan nein im namen der götter travia der göttern ronda und den lasst uns hier herein oder ich dreht euch in die eier macht dem scheiß tor runter es ist eure götter gefällige pflicht uns einlass zu gewähren wir sind hilfesuchende schutzsuchende lasst uns hier herein weitere überzeugen proben ich würde gerne ist keine überzeugen probe sondern überreden probe überreden wir wollen sehr kurzfristig zu etwas bringen ok möchtest du möchtest mitmachen geron auch wenn aus der bewusstlosigkeit aber also ich mache ich mache erst mal die ganz normale überreden meine herren ich bin geweihter des herrn und ich habe die möglichkeiten diese burg an dieser stelle zu sichern allerdings müsst ihr mir dafür zutritt gewähren gelingt das nicht seid ihr ganz sicher des todes gewählt ihr uns zu tritt so haben wir noch eine chance euer überleben hängt allein von dieser entscheidung ab seid nicht töricht hört auf das was ich sage ja du überreden habe ich gewürfelt acht punkte über du sollst argumente bringen also verdammt noch mal auch die tür auf und seid ihr genauso verflucht öffnet die tür sonst lasst ihr die geweihten sterben und das blut von denen wollt ihr nicht an euren händen auch noch kleben haben wenn ihr uns nicht rein lasst gebt ihr den wesen noch mehr futter und sie werden mehr wenn manche von uns wieder kommen dann habt ihr noch mehr gegen euch können sehen wie sie dort oben anfangen zu zweifeln überlegen noch mal auf den kastellan blicken auf den gänse ritter auf euch wieder versammelt seid und die menschen die hinter euch als zivilisten auf der brücke haren das kasten und scharren der ghule unter der brücke jetzt ist der moment jetzt könnt ihr helden sein jetzt könnt ihr zeigen aus welchen zeug ihr geschnitzt seid macht die tore auf macht das richtige trägt keine entscheidung die ihr für immer bereuen werdet der herr prajos sieht alles vergesst das nicht und mit dem glück des herrn fex und der verstand ist der herrn hsinde können wir diese situation noch wenden doch es ist alleine an euch heute müsst ihr helden seien heute müsst ihr die richtige entscheidung treffen ihr könnt das klicken hören gedämpft durch stein aber betäubend laut die zugbrücke wird runter gelassen ketten klicken rattern und dann wird holz auf stein aufgesetzt die zivilisten strömen an euch vorbei hände die euch auf die schultern gelegt werden dankes worte und dann einer nach dem anderen ziehen sie ein in das letzte große domizil von regelsaum da selbst die waffen treuen würden auf die brücke ebenso gehen das sind nicht mehr viele gerade im inneren ring könnte aber noch hinter euch sehen die andere waffen treue ebenso die die letzte burg aufgegriff aufgegeben haben und ihr könnt sie hören wie sie rufen sie haben sie sind tatsächlich in der kapelle der friedhof sie sitzen dort und anlagen an die knochen er betrete das innere das letzte domizil und nach einer viel zu langen zeit ist der letzte wieder drüben und mit den anstrengenden ketten gliedern die knarzen und die zugbrücke wieder hochgezogen ihr habt wohl getan nun lasst uns uns auf die verteidigung konzentrieren wir müssen schauen wie wir das ganze sinnvoll angehen meine herren dass irgendwelche schwachstellen an diesem ort es wäre wichtig diese zu kennen damit wir sie sinnvoll verteidigen können dass das heiligtum von von regelsaum ist ebenso an die erde gebaut hat das hat das noch etwas zu tun kommen sie aus der erde sie graben sie klettern in der tat sie graben und sie klettern dann sollten wir auf die niedrigste ebene des heiligtums herabsteigen und sie dort erwarten also gut wir führen euch alle rein die mauren sind stark wir werden sie verregeln niemand mehr da draußen kurze zeit später habt euch ein bisschen ausgeruht geron ist wieder zu kräften gekommen konntet einen kleinen schluck trinken und die wachen führen euch dann nach unten weil ihr helden seid ihr könnt erkennen zumindest könnt ihr das hören das kratzen das schaben am stein und dann seht ihr einen durchbruch durch den sich gerade eine große kreatur schiebt eine gestalt mit vielen armen vielen augen und mündern das muss der ghoul könig sein der sich gerade aus dem loch schiebt und sich die die lippen leckt die vielen lippen mit vielen zu initiative ich würfel einmal für martin müchow dann bin ich bei 19 um martha kämpft auf der 13 und dann schaue ich mir mal den ghoul könig an auf der 10 der ghoul könig muss anfangen er würde seine clown benutzen und einmal eine aktion sich auf euch zu bewegen und dann nach einer aktion nach euch klauen und zwar nach leckerer astralkraft in form von ador ja er ist ein großer gegner clown auf die ich habe meinen noch er würde mal neu mit doppel 1 hüttelig es ist nur der 2 2 doppel der schaden halbe ausweichen werden glaube ich auch fatal gewesen ich darf nicht parieren du musst ausweichen die klauen schlagen in dein fleisch bekommst du schadens punkte wie viel ist es dann 7 7 gilt man aber trotz noch ja dann komme ich vier schaden ja dann ist das problem dass er hoch einsteckend ist eine konstitution kommt und bestätigt ja du merkst wie das cool gift in deiner wunde nach dir strömt und ein hexenkräfte strömen zurück und drücken mit den astralkräften die eben die er eben gerade von dir naschen wollte zurück der kürtig ist fertig die nächste aktion wird aber mal sagen hallo du darfst gerne das einmal bis einmal ausgewichen kannst attackieren meine angst habe ich ja diesmal nicht zum glück dann haue ich gleich mal einen wuchtschlag 5 raus okay dann machen wir weiter mit geron ja die frage ist hatte tau seinen heilzauber durchbekommen ich habe kein heilzauber bisher gewirkt ich wollte eigentlich nur normale heilkunde wundenprobe aber da kam ich nicht dazu ich kann dir eine heilkunde wundenprobe geben weil die wird deine wunden nicht verärzten können was willst du tun das komme ich nicht drei zwei stück nach hinten gehen okay du warst zurück kämpft erstmal nicht mit mir das ja ich habe ja zwei aktionen erste aktion orientiere ich mich zweite aktion werde ich die ballestrina die ich logischerweise weil wir ja auch die leute gewartet haben hier unten die ganzen guhle also ich denke schon dass ich mich bei lässt geladen geladen hingestellt habe würde ich gerne einmal auf den grünkönig abfeuern wie weit ist er entfernt von mir du stehst gerade irgendwo neben hallo ich sage mal 23 meter ja super das wäre gelungen dann kriege ich eine plus zwei beim schaden und entfernung genau und saisoner mussten also treffation da kann ich auch machen ja weil ich habe keinen treffationen würfel mpc schwert also einer der schwertarme das war zielen und feuern oder nur feuern ich habe nur ich habe nur gefeuert nächste aktion ich hatte mich orientiert diese runde gut aber ich habe noch zwei drei aktion da würde ich zwei schritte zurücktreten ok und offensiv umwandeln mit der erste ein vierer wuchtschlag ohne die sf ja so genau ich muss für dich würfeln vierer wuchtschlag ja eins bestätigt trefferpunkte du hast einen wuchtschlag gesagt ja ohne sf sind 20 und der wuchtschlag waren 24 24 1 das linke bein ok ok das war eine erste aktion wird noch mal umwandeln und noch mal zuschlagen ja genau ohne wuchtschlag 5 getroffen trefferpunkte acht zitiert nach mich ja wie weit stehe ich dann für den ganzen spaß weg ja wie gesagt neben dem ador irgendwo oder wurde angegriffen und 23 meter wieder ja dann da haben wir nichts anderes übrig bleibt das vieh sterben muss werde ich zuschlagen mit einem stand ja nicht mit meiner post gewaltten faust ach richtig weil du preis kammer nicht getroffen und so wird sommer ne wirklich nicht trafiger ich habe meine waffe auch schon draußen dann würde ich erstmal schockiert von dem vier zwei drei schritt zurück taumeln und dann aber ein stumm angriff nach vorne alles klar durch deine leute hindurch stößt noch einmal geron und ja mir das vorbei sind wir in der mehrzahl oder so ist ja das würde die attacke von dir verbessern du hast recht und die parade an ihm ja okay dann hast du tatsächlich noch was geschafft super das heißt plus neun plus dreizehn plus siebzehn plus siebzehn 18 ja okay dann ist deine kampfrunde durch weil sturm und dürfte bei der aktion verbraucht nächste kampfrunde der ghoul möchte wieder nach auch klauen und zwar nach ardo weil sein fleisch alles klar er hatte die initiative 10 könnte halt alle vorziehen ja ja ich schlag zu normaler schlag besonderes du hast noch die erschweren vom letzten ja ja ach halleluja immerhin dann kannst du schaden machen das war deine erste aktion wirst du wahrscheinlich noch ausweichen 13 korke weiter schaden ja ich will da noch ausweichen 13 ich orientiere mich erst mal okay ich mache es mal weiter mit mir das ja ich habe mich ja etwas zurückgezogen und ich würde jetzt dann beginnen also ich eine aktion lege ich meine bei der straf und zweiter aktion ziehe ich meinen säbel wieder offensiv umwandeln wieder ein vierer wuchtschlag und stechen weiten auch wieder regulär ausgeführt erste nicht getroffen dann umgewandelt plus 4 und nochmal plus 4 für den wucht auch nicht getroffen zweimal nicht getroffen dann weiter mit tau ich schlag einmal zu einmal zu schlagen ja stimmt dein fleisch was auch lecker ist eine gute idee in der gegend verfehler ja nicht getroffen dann nach tau wenn du noch mal willst dann ok sonst trafiger sehen wir auf wen der will noch auf ardo dann schlage ich auch zweimal kräftig zu ja wuchtschlag plus vier um euch herum kratzt es weiter und hinter dem kuhl könig strömen wohl weitere buhle aus dem loch wie viele sind es für so sehen ok und was noch eine weitere aktion normale attacke und gefahren bis geschafft schon 13 13 notiere ich mir dann bin ich mit meinem guhlkönig dran glaube ich ja wir können vorziehen ihr habt ja schon vorgezogen ach so ah ok das ist ja in der neuen aufwarnung willst du ausweichen aber natürlich zu hoffnungslos ist misslungen dann bekommst du 9 tp wenn ich sp verursache konstitutionsprobe plus fünf trotzdem krit von vorhin zu schade er macht ja nur 9 tp ist es ja nicht so viel ja schafft ne plus 50 ach so agat schreifenspunkt seiner hälfte die hälfte die hälfte ist die hälfte school gibt es geht um die infektionsstufe und er ist infektions fünf also konstitutionsprobe plus fünf ja das ist dann so das war die kampf und nächste kampfrunde der gutkönig möchte noch tau krallen da bin ich gegen ich würde gerne ausweichen ja wir können natürlich auch alle vorziehen wenn ihr mögt vorziehen machen wir haben wir zwei mal wuchtig rauf zweimal wuchtig das ist nicht gelungen nächste attacke die ist geschehen sind zwölf ja schon und nach trafigo machen wir weiter mit tau du möchtest einmal ausweichen und was einmal zu schlag mal zu schlagen alles klar dann schlag zu ja ich treffe dann kannst du schaden machen das ist ein mal gestoppt erst magisch ja ja ich habe keinen preis kammer okay nach tau ist micho das gleiche ja streitkolben das erste mal nicht gelungen wird das zweite mal auch wieder nur noch mal ein drauf genau ja nicht gelungen zweimal nicht gelungen dann nach michos wie das bin ich nicht ganz zum schluss weil ich die höchste nie habe ja wenn du willst vorziehen willst du kannst arbeiten ansonsten gehe ich lasse erstmal die anderen vorziehen und entscheide mich dann habe ich eine freie sichtlinie dass ich jemanden anzünde wenn ich jetzt nochmal einen flammenstrahl probieren also ein igne sphero wäre auch eine gute idee hier in dieser kleinen gruft ja aber dann bin ich tot und die anderen wahrscheinlich auch bitte nicht du hast eine freie sichtlinie ja okay der ist ja groß genug ne dann würde ich nochmal einen flammenstrahl mit ähm zwei würfeln probieren äh normale zauberdauer das sind vier aktionen okay das dauert ähm ado joa wuchtschimpf ach halleluja man du triffst du merkst aber dass deine muskeln so ein bisschen sauer sind und leicht reißen würdest du sagen ja 16 trefferpunkte und dann wandte ich den zweiten auch noch um und schlag ganz normal zu ja ja wieder gedungen meine würfel sind heute aber auch echt scheiße nochmals 12 es gibt ein großes kreischen von der kreatur die gerade ihre gierigen clown in tauch stecken wollte der kann bei hände zurückspringen an andere schwerter streitkolben stebe die auf den gullkönig einprasseln und der klumpen wird blutiger es riecht weiter nach faulen gemüse entweder braun schwarzbraun oder grünes blut was durch den gesamten flur spritzt durch die gruft und mit dem letzten kreischen dieser kreatur könnt ihr sehen wie sich auch die anderen kohlen die gerade die er hervorragend gemacht ist denn jetzt überall vorbei ich glaube du musst mich noch mal an naja ich habe schon gesehen du wurdest erwischt sehr erwischt mir geht es irgendwie auch nicht so gut ich habe das gefühl meine adern brennen ich glaube das hat vorrang geohrn alles gut ich werde mich einfach von steinen fern halten der baron bleibt hier ihr werdet jetzt nicht in diesen tunnel nein raus mit euch ihr scheißviecher ihr seid hier nicht willkommen bei travia travigor bleibt hier ihr müsst sie nicht verfolgen was ist das für eine kreatur bei boron ist die grof wieder dicht mauern schnell beeilt euch ja ja das ist eine hervorragende idee ist jemand handwerklich beflüssen jemand von ingrim geküsst handwerklich ja falsches handwerk ja anderweitig beschäftigt ich könnte eine karte anfertigen oder ein seil knüpfen aber das hilft uns hier auch nicht also gut dann sichert oben wir haben noch einige bänke die ihr vor die tür stellen könnt ich hole die ich hole die wachmänner von von oben da kann sicherlich einer baumeister neue zivilisten ja wenn wir dass ein maurer unter ihnen ist gott ist das widerlich diese säuren ihr könnt den rest der nacht ausharren in dem letzten heiligtum von regelsau die zivilisten verbarrikadieren türen fenster und auch die ghoul gänge werden wieder geschlossen notdürftig steinbrocken die davor geschoben werden einige mörtelpaste die versucht zu improvisieren mit den sachen die man noch irgendwie da hat und dann irgendwann könnt ihr durch die verbarrikadierten lichtspalten sehen wie der erste freier strahl und durchdringt das lärmen und kreischen das kratzen der ghoul ist nachdem der ghoul könig gefallen ist leiser und leiser geworden und ihr wart euch nicht ganz sicher wolltet aber ausharren bis die sonne wieder aufgeht dann ist alles wieder ruhig dann kleine regenbogen den ihr durch die lichtspalte erkennen könnt es ist doch alles nochmal gut gegangen ich höre nicht war alles nicht normal naja gut kann man das nicht gerade nennen wir sind noch am leben ihr seid geheilt der baron ist unverletzt wir haben echt viele leute verloren und ich bin komplett ausgeprägt Ado greift noch einmal an seinen kopf und du kannst sehen wie dir die haare ausfallen das denke ich nicht ciao ich lege meine hände auf Ados Brust progress und auch hier strömt wärme durch Ado und fängt an das gift von innen zu zersetzen mein baron es tut mir leid dass ich euch nicht mehr helfen konnte ich habe alles gegeben aber es hat nicht gereicht ihr habt gute arbeit geleistet ihr habt alle gute arbeit geleistet allerdings fängt dabei an tausnase an zu bluten mal das gab es ziemlich zu ende wir sollten uns ausruhen ja da sollten wir und wir sollten Schnaps trinken das hilft von innen ein wahres wort ich glaube nach diesem anstrengenden mir fehlen die worte ich weiß nicht wie ich diese situation beschreiben soll wir haben uns in jedem Fall ein bisschen Schnaps verdient wenn selbst euch die Worte fehlen dann ja wir haben es alle gesehen wir haben es erlebt Boronifatius gesetzt sich zu euch euch allein ist es wieder einmal zu verdanken dass wir so glimpflich davon gekommen sind die die Opfer halten sich in Grenzen die Zivilisten sind in Sicherheit zumindest diejenigen die wir hatten und die anderen die 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 der Seneschal beziehungsweise der Kastellan unten gelassen hat wir müssen gucken was mit ihnen passiert ist mit dem mit dem Baron vom Rosenbusch dem ehemaligen und den Wachern aber hier drin geht es uns gut Boron sei Dank Zahl sei Dank ihr habt gute arbeit geleistet der Boronifatius äh Boronifatius es tut mir leid dass ich euch vorhin angeschuldigt hatte einem als Praktis verführt worden zu sein dann war der Situation geschuldet und der Heckkrieg und es ist einfach Angst um die Leute die dort nun die Leute die dort gewesen sind und die Leute die schützen verzeiht mir da gibt es nichts zu verzeihen Bruder ich hätte euch eventuell sonst selbst davon berichtet aber nun nach diesem Kratzer meine Gedanken wurden träge und ich hatte nicht einmal daran gedacht euch davon zu berichten ich ich war einfach neben mir es ist ja noch einmal gut gegangen wir sollten nach oben gehen jetzt ein warmes Bad so könnt ihr die Tore wieder aufdrücken und den Regenbogen die Sonne den Regen der sich gut auf der Haut anfühlt genießen das Sonnenlicht was euch beschützt oder aber der Tod des Gullkönigs Leiche die beiseite geschafft werden Gulle die verbrannt werden andere von den Wachleuten die in der Nacht gestorben sind wenn ihr in die unteren Ringe kommt nach und nach wird sich herausstellen dass einige das Leben verloren haben dazu von Bregelsaum der Bannerherr hat das zwar geschafft aber der ehemalige Baron vom Rosenbusch nicht Ayadan ist tapfer in der Schmiede gefallen bei dem Versuch die anderen Zivilisten zu beschützen damit ist die Klage gegen die Kaiserin sicherlich auch passé aber das ist ein ganz anderes Problem ihr seid wieder einmal Helden zum nächsten Mal aber wir sehen uns auf dem